Cheater-Experiment! Aber zuerst! Arms Race. Letztes Mal hat's geholfen. Zwei Runden Arms Race vor Matchmaking. Keine Cheater im Spiel. Ist vielleicht das neue Anti-Cheat Arms Race? Das erste Mal, dass ich froh bin, dass ich in eine Runde komme, die schon fast fertig ist. Na also! Drücken wir mal die Daumen, ne? Ah! Mhm. Okay. 3 Minuten. Nice and hot. Hot and spicy meat. He he, boy. Dieses Warm-Up-Ding ist einfach so... Dern. Ich meine, wir hatten ja schon Leute, die waren echt cool. Guck mal, ich mache hier eindeutig ein Gemälde und er gibt mir einen Header. So. Machst du vielleicht auch was hin da? Malst du auch was? So, komm, GLHF würde ich sagen, meine Damen und Herren, ne? Los geht's! Go, 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 go! Hör bitte auf, du Spin-Bottom, du Pimmel! Der Spin-Bottom doch jetzt nicht rein! Ich hoffe, er hat noch seine Maus getestet. Wehe, Gelb, Hack, dann ist er weg! Wir gucken mal. Das ist jetzt natürlich, äh, super! Bubblers Reisen mit den Affen! Yellow ist hacking. I think we can report him and kick him. Also, da war eindeutig, äh, Bunny gebunny, äh, Amy und äh, Vanilli vielleicht auch, weiß ich nicht genau. Aber das wird schon so reichen. Later, Yellow. Ich hoffe, der Rest stellt sich nicht an. Oh mein Gott. Und dann Blau scheinbar auch. Tja, Leute, wir haben hier zwei Hacker bei mir im Team. Und zwar Blau und Yellow, die beide hacken. Und wir können sie nicht kicken. Ich habe den Gegnern auch mal gesagt, dass sie die beiden reporten sollen. Also, dass Blau und Yellow hacken. Aber ich denke, sie haben es auch schon mitbekommen, weil die von denen halt überfahren werden. Also, ich kann eigentlich erwarten. Das ist jetzt hier wieder ein riesen Kontrast im Experiment zum letzten Mal. Da habe ich ja zwei Matchbacking gemacht. Beide cheaterfrei. Ah, das rückst du ja an. Ich überlege gerade, ob ich einfach gehen soll. Dann habe ich aber einen 30-Minuten-Bann. Wenn ich jetzt hier bleibe, wahrscheinlich dauert es auch um die 30 Minuten, habe ich dieselbe Zeit verkackt mit irgendwelchen Dackeln. Das ist übrigens die Mutter von Yellow und Blau. Ja, ich probiere halt mal kurz die Stühle hier. Was? Und das soll eSport ready sein. Ach, das Spiel ist schon bei der Hälfte. Mhm. Wenn sich die zwei Kackvögel ranhalten, dann ist es sogar schneller als 30 Minuten. Ja, der Uprank ist natürlich verdient. Ja, dann schauen wir mal, wie es als Limsel ist, ne? Los geht's. Ich verstecke mich. Dass er denkt, der ist allein. Ich will an, wo du dich hörn! So, komm, GLHF. Und dann schauen wir mal. Hello Team. Ah, ja. Die sind sehr gesprächig. Ah, der eine callt sogar, sehr schön. Oha, spricht auch. Cheater. Na, was, Cheater? Also, er hat direkt Cheater gecallt bei dem Lullaby, Lullabubbeldo. So, dann behalten wir dir mal im Auge. Ich habe jetzt nicht gesehen, was der für Shots gemacht hat. Keine Ahnung. Eben war es halt perfekt, dass die Cheater bei mir im Team waren, weil ich dann eben genau sehen konnte, was die machen. So ein Aimer ist natürlich nicht leicht zu erkennen, wenn du im anderen Team bist. Du kriegst nur den Headshot ab und denkst dann, naja, war das jetzt echt? War das jetzt nicht echt? Hm. Wir sind ja jetzt immerhin auf LE. Also, da könnte schon halt auch mal ein etwas stärkerer Mensch dabei sein, ne? Also, es ist jetzt zumindest keiner direkt am Bunnyhoppen oder eben Spinboten oder Ähnliches. Oh mein Gott. Wow. Ah, one is gone. Ich gucke jetzt mal meinen Jungs über die Schulter. Blue Screen Gaming. Aimt irgendwie merkwürdig rum, aber es sieht alles noch normal aus, außer da kommt jetzt direkt einer. Ich meine, gut, ich würde wahrscheinlich auch ähnlich dahin aimen, wenn da halt der offene Punkt ist. Er wird angefragt vor dem Connector, der ihn gar nicht sehen kann. Oder? Hat man da vielleicht doch irgendwas gesehen? Ich weiß es nicht. E10 Level on Face. Hahaha. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass Blue Screen Gaming eher und eher, dass da nichts offensichtliches ist. Bei ihm Favago. Muss ich auch noch schauen. Ja, und bei den Gegnern. Ach guck mal, da ist ja noch so ein Lallibabble. Die sind ja zu zweit. Bei City ist einer, der durch die Smoke killt. Ich weiß wieder nicht, ob die gerade am Faden war, weil jetzt ist sie weg. Das habe ich nicht gesehen. Mal gucken, ob er da oben geprefired wird, der Blauboy. Achtung, jetzt könnte er wissen, wo du stehst, Monsieur. Ah, der killt ihn wieder einfach durch die... Komplett durch die Smoke. Also der Lallibabble, der wird wahrscheinlich... Der hat ihn hier gekillt. Er hat hier geplantet. Und der andere hat ihn durch die Smoke, durch die Box. Ja, ja, okay. Äh, das müsste dann, ja, Warlhacking sein. Weißt du, und er sagt von sich, er ist Level 10. So, als Begründung. Deswegen trifft er durch die Smokes jedes Mal. Und eben auch durch die Dinge, die hinter der Smoke sind. Ach so, jetzt müssen sie sich erstmal so ein bisschen hinsetzen und tweaken. Scheiße, die Hacks reichen nicht aus. Fuck. So Leute, wir strengen uns jetzt mal ein bisschen an. Es ist doch ein gewisser Ansporn auch, oder? Gegen den Hacker zu gewinnen. Weil der ist halt echt sau schlecht, der Knilch. Also beide. Ich weiß jetzt nicht genau, ob er auch. Aber ich denke, der ist auch am dümpeln. Guck mal da, der letzte ist auf B. Wir können jetzt ganz genüsslich uns hier hinstellen. Oh nice. Ist schon lächerlich, oder? Als Cheater? Also nicht nur zu sagen, ne, ich cheate nicht. Ich bin halt einfach nur gut, sondern auf dieses Level 10 zu bestehen. Ich bin fast in Level 10. Da spielt man so. Weißt du, die Kisten auf Faces sind so wie der Stuhl hier. Nicht da. Hm, ich steh nur noch. Was? Vielleicht gewinnen wir jetzt hier die Oberhand, weil sie ja rushen müssen halt als T. Und gerade da ist es als Warlhacker halt nicht so sweet, ne? Wie wenn du halt abwarten kannst. Wie müssen sie sich bewegen. Siehst du das? Weg gewischt du, keiner. Ja, merkst du was? Und schon können sie nichts mehr machen. Jetzt ist nämlich nicht mehr abwarten und durch irgendwas durchballern, bis jemand kommt. Ne. Jetzt muss man ja selbst hingehen, ne? Hm? Schade, dass die, äh, dass die zwei Hacker da im Gegnerteam so ein bisschen unsere, eigentlich ja mittlerweile recht gute Statistik einreißen mit den Hackern. Bump down, Palace. Another one, last one is an A2. Nice, thank you. Keiner da, alles klar. Maybe Palace? Ja, nice. Jo, da ist er. Weißt du, er wusste wieder, dass ich hier oben stehe. Der kleine Pimpf, aber hat es nicht geschafft. Kein Skill, mein Freund. Und scheinbar halt eben auch kein Auto-Trigger, Aim-Bot, was weiß ich. Two on A. Nice. Kommt down. Mit one. Cool. Och, Barb, ja gleich. He's Jungle, maybe City. Äh, Kollege, wo reinste du jetzt gerade hin? Moment mal. Jetzt müssen sie halt echt aufpassen. Das ist der letzte mit dem Wall-Hack. Da müssen sie eigentlich, ja, sich beeilen. Der hat jetzt auch eine AWP, das heißt, er kann ja einfach durch die Sachen ballern. Das wird jetzt schwierig. Ja, da ist er schon. Weißt du, und er weiß, dass er nicht defused. Ah, das darf nicht passieren. So, ich hab die Barb mal reingeholt. Die will immer zu mir hier, wenn ich am Aufnehmen bin. Barb muss ein Ruf an die Katze schreit und ich will schlafen. Komm, Barb, leg dich hin. Hopp. Deine Spielwaren mal. Nee. Kannst du dich bitte hinlegen jetzt, Barb. Bitte. Leg dich jetzt auf deinen Platz. Hör auf mich anzuschwänzeln. Oh, cool. Was ist? Wieso mach? Mach dir keine Gedanken mit den Cheatern. Die sind doch eh blöd. Ja, ich weiß. Ich weiß. Okay, Leute. Wir haben jetzt noch ein paar Runden am Start. Die können wir hinkriegen, vielleicht aber auch nicht. Es hat trotzdem Spaß gemacht. Ich sag's schon mal direkt. Kleine Ansprache zum Team, weißt du, dass die wissen. Der mag uns. Der Mann. Der mag uns. Was? Ah, ja. Da. Wie hab ich wieder free pimmeln wollte, aber nicht mit mir, du kackt. No, so later. Die sind halt sackschlecht. Also. Bomb ist on mid. Just wait for him. Der hat nämlich auch wallhackt. Den sollten wir nicht herausfordern in einem wallhackenden Kampf. Wie so, ey? Jungs, bitte nicht reinpicken, jetzt gegen den. Just wait, just wait. Er braucht die Bomb. Nicht gegen den wallhacker reinschleichen. Man muss rennen, damit er das nicht rafft. Nice. Warum hab ich jetzt eigentlich nur ein 4 genommen? Ratschen ist eigentlich angesagt hier. Bei den Gaunern. Ah, ja. Mhm. Jetzt fangen sie ja schon an sich zu beschimpfen wegen den Kills und sowas. Weil der eine nur 8 Kills hat, ist er ja Silber. Und einer mit 12, dann ist er Global. Und ist er nicht. Weil 8 ist ja viel weniger als Vivo 12. Weißt du, so Kinder, die rechnen. Was ist größer als das andere? Was ist besser? Kaunerschweig sieht das ja anders mit den Kills, ne? P90 ist wieder angesagt, denn die Wallhacker sind ziemlich dumm. Sie können mir nicht entweichen, denn ich renne um sie herum. Ach so schlimm mit dem coolen Ding. Den Föhn, ja so nennt man sie. Hokuspokus 1, 2, 3. Ist der Feind nicht da? Schade, voll Blei, wollte ich eigentlich sagen. Aber er ist ja nicht da. Ich hoffe, es ist halt einfach wie die Sau, dass der nicht hinten guckt. Wenn der sich einmal umdreht, dann weiß der, dass ich von hinten komme. Dann bin ich schon geliefert. Aber ich spekuliere einfach mal fest darauf, dass er nach vorne mit seinem Wallhack unterstützt. Und nicht hinten abglotzt. Ist unter mir. Leider, durch. Seid. Der Kollege war zu weit weg, ich hätte nicht rangehen dürfen. Nach dem einen Kill. Nice! Oh mein Gott, oh mein Gott! Ich kann einen anderen sehen. 1 MP auf A. Es ist 8, 8, 8. Yes. Okay, kommen nur noch zwei. JJ lebt zwar noch, aber wenn ihr den jetzt wirklich umrusht, nicht durch die Small kämpfen. Nice! Weg ist er. Unscoped sogar weggeholt, Alter. Ah, der hat ihn gerusht. Da kann man sich, würde ich sagen, überhaupt nicht beschweren. Firestarter mal wieder. Man kennt mich, ne? Man kennt mich. Ach, unser schöner Spektrum Zwergkäs. Warte mal, warte mal. Was? War da eben ein Global dabei? Hab ich das richtig gesehen? What the fuck? Ja, so kann's laufen. Also das war jetzt zwar für die Bilanz. Cheater, Nicht-Cheater-Spiele schlecht, weil wir haben zwei Spiele gemacht. Beide waren verhackt. Aber immerhin haben wir gegen die Wallhacker gewinnen können. Da kann man sich eher weniger beschweren, ne? Meine Damen und Herren. Dann hau ich ja auch langsam mal wieder ins Boxholen. Und ich sage natürlich ein ganz großes Dankeschön. Nicht nur an alle, die hier zugeschaut haben, kommentieren und die Däumchen geben, sondern natürlich auch an meine Patrons und Kanalmitglieder. Vielen, vielen Dank für eure Aktivität. Later!